Genau drei Monate dauert die Wettkampf-Saison der Kunstbahnrodler. Los geht's an diesem Wochenende in Eagles. Das neunte und zugleich letzte Weltcup-Rennen findet dann Ende Februar in Winterberg statt. Der Saison-Höhepunkt ist die Weltmeisterschaft Ende Jänner in Königssee, wo heuer erstmals zusätzlich auch drei Titel im Sprint vergeben werden. Die italienische Nationalmannschaft zählt natürlich wieder zu den Favoriten. Sie besteht ja durchwegs aus Südtirolern. Insgesamt zwölf werden heuer im Weltcup starten, zwei Damen, vier Männer im Einsitzer und drei Doppel. Das Aushängeschild ist ganz klar Dominik Fischnaller. Nach dem Rücktritt von David Meyer ist der 22-jährige Ausmeranzen bei den Einsitzern der Älteste im Team. Im Vorjahr hatte Fischnaller einen unglaublichen Saisonstart, wurde in Eagles zweimal zweiter, ist dann aber in der Weihnachtspause erkrankt und hat sich nie mehr so richtig erholt. Heuer will er wieder voll angreifen. Heuer war sicher auch in den Weltcup-Podest zu machen und bei der WM war logisch das Highlight auch Podest zu machen. Deswegen wartet auch bis zu der WM voll, wenn es sein wird. Richtig schnell rodeln kann auch der Cousin von Dominik, Kevin Fischnaller, gerade hier in Eagles vor dem Vorjahr im Sprint aufs Podium und wurde Dritter. Ja, ich will logisch auch das letzte Jahr anschließen. Da habe ich mich da gut gegangen in Eagles beim Sprintrennen, aber ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht ein Top-Ener-Ergebnis anzufangen habe. Und dann habe ich auch mal eine gute Vorbereitung gehabt und jetzt kann es losgehen. Auch Emanuel Rieder ist wie die beiden Fischnaller in Meranzen zu Hause. Eagles ist ihre Heimbahn. Der Weltcup-Auftakt ist deshalb immer etwas ganz Besonderes. Ja, logisch. Zum Glück, die Scharke sind unser Fanclub, ist allen voll dabei, jubelt den Sohn und das gibt uns logisch einen Ansporn, gutes Ergebnis zu machen. Rieder bestreitet heuer seine dritte Weltcup-Saison. Er ist ein Kraftpaket. Leider geht er manchmal etwas übermotiviert ins Rennen. Wie Kevin Fischnaller will auch er in dieser Saison möglichst oft in die Top 10 fahren. Der Jüngste bei den Einsitzern ist der 19-jährige Theo Gruber aus Finlanders. Mit 1,91 Meter ist er aber gleichzeitig auch der Größte. Auch er kommt, wie so viele Kunstbahnrodler, von der Naturbahn. Im Vorjahr gewann er in Eagles das Junioren-Weltcup-Rennen. Heuer möchte er sich im Weltcup etablieren. Bei den Damen wusste im Training besonders die noch nicht ganz 20-jährige Sandra Robatscher aus Diers zu überzeugen. Ihre Taufpatin ist die Frau von Armin Zöckeler und sie ist, wie Zöckeler, sehr ehrgeizig. Ich mache schon den Kopf und ich setze die Wille meistens unter die Zehn hinein. Schauen, ob es muss gelingen. Die zweite Dame im Team, die Fölzerin Andrea Fötter, wird heuer hingegen ein bisschen Zeit brauchen, um vorne mitmischen zu können. Im Sommer musste sie sich an beiden Schultern operieren lassen. Erst seit einem Monat trainiert sie wieder in der Eisbahn. Die Verletzung ist gut. Ich habe alles super ausgeheult. Es ist schön. Mir fehlt etwas, das weiß ich. Aber ich glaube, ich kann das sicher bis Ende der Saison aufholen auf die Weltmeisterschaft. Es braucht seine Zeit und die Zeit kriege ich von den Trainern. Sie stressen mich nicht. Sie sagen, schau, wie es dir geht und es ist die Hauptsache, dass die Gesundheit passt. Ich fühle mich gut. Die einzigen beiden Oldies in der Mannschaft sind die Doppelsitzer Christian Oberstolz und Patrick Gruber. Oberstolz ist 38, Gruber 37. Die beiden Boosterer sind also fast doppelt so alt wie ihre Teamfollegen. Mit dem Vier, wenn man alle mit den Jungen zusammen ist, bleibt man selber wie ein Jungen. Und deswegen sehe ich da kein Problem. Dass sie aber noch nicht ganz zum alten Eisen zählen, haben sie im Vorjahr bewiesen, als sie in Sigulda als einzige einheimische Rodler eine WM-Medaille gewonnen. Seit 18 Jahren fahren sie im Weltcup. Diese Jahre haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Im Weltcup sehe ich unsere Chancen nicht mehr so groß. Wir können schon da und sollen mal ein gutes Rennen machen. Aber auf dem Gesamtweltcup sind die Jungen viel beständiger, einfach schneller, sagen wir es so. Wir sind immer die schnellsten, wie wir früher waren und mit dem müssen wir leben. Der stärkste Doppel müssten heuer aber der 24-jährige Meranzner Ludwig Rieder und der zwei Jahre jüngere Lüßner Patrick Rastner stellen. Nach einer eher enttäuschenden Saison möchten sie in diesem Winter wieder ganz vorne im Weltcup mitmischen. Ihre Stärke ist der Start. Im Sommer haben sie sich auch athletisch weiter verbessert. Ja, hier haben wir eigentlich eine super Vorbereitung gehabt. Wir haben gute Trainings-Einheiten gehabt. Und wir haben oft gesehen, wir sind wieder ein bisschen besser geworden. Und jetzt schauen, wie es in der Saison losgeht. Das dritte Doppel stellen die erst 21-jährigen Simon Kainswalder und Florian Gruber. Im Vorjahr wurden die Philanderer hier in Igles überraschend fünfte. Der Zuri ein sehr junges Team, bei dem auch die Stimmung passt. Die Stimmung ist super, wir verstehen uns alle gut und logisch. Wenn man so jung ist, dann geht man zusammen hin, zusammen und so. Mit den Eltern hast du alles gemisst. Mit den Augen ist alles logisch. Der Respekt der Große und der Sob ist halt untereinander ganz locker. Am Samstag sehen wir dann in Igles auch, wo Italien heuer wirklich steht. Und jetzt habe ich noch gut geizt. Vielen Dank. Das war's hier drin.